Hallo Steps-Welt, hier ist der Lukas und wir haben mega nice Neuigkeiten für dich. Die Steps Online-Konferenz geht an den Start. Halt dir bitte ganz dringend, 30. April bis 3. Mai frei, jeden Abend um 19.30 Uhr streamen wir eine Session live zu dir nach Hause. Mit Musik, Message, Specials, das Thema Amazing Grace wollen wir dir ganz intensiv nach Hause in dein Wohnzimmer bringen. Wir werden ein richtig nice Studio aufbauen in Steps-Konferenz-Wohnzimmer und von unserem Wohnzimmer in dein Wohnzimmer wollen wir gemeinsam Schritte im Glauben gehen. Das werden die Abende sein. Tagsüber kannst du mit uns morgens in den Tag starten, du kannst Webinare besuchen oder mit deinen Freunden die Inhalte vertiefen, weil wir haben nämlich noch ein megamäßiges Special zur Steps Online-Konferenz. Wir produzieren gerade ein Sonderheft vom Steps-Magazin Amazing Grace, das dir hilft, mit deinen Freunden gemeinsam die Konferenz noch intensiver zu erleben, die Inhalte zu vertiefen und eine richtig, richtig gute Zeit zu haben. Wir träumen davon, dass das Evangelium dich ganz neu trifft und richtig krass, krass verändert. Das wäre so nice. Was kannst du jetzt machen? Abonnier Steps auf allen Kanälen, die du dir vorstellen kannst. Schalte Benachrichtigungen ein, also Insta, YouTube, wenn du sowas altes wie Facebook noch hast, auch da die App und so weiter, check alles aus. Und dann würde ich sagen, spread the news and share the hype. Lad jeden ein, der unbedingt dabei sein muss. Es ist komplett kostenlos. Jeder kann dabei sein. Alle deine Freunde, vielleicht auch Leute, die sonst keinen Bock auf so ein Event haben, lad alle ein. Auch dein Goldfisch, auch dein Hamster, alle können dabei sein. Wir freuen uns mega auf die Zeit und wir träumen davon, dass wir eine Konferenz erleben, die vielleicht noch viel mehr Menschen erreicht, als bei unserem Live-Event. Und wir träumen davon, dass wir trotz Corona gemeinsam Schritte im Glauben gehen und erleben, wie Jesus in unseren Wohnzimmern uns begegnet. Also, sei am Start, spread the news and share the hype und wir werden eine richtig, richtig nice Zeit erleben. Sei auf allen unseren Kanälen am Start, dann verpasst du keine Infos und helf uns, das zu spreaden und richtig viele Leute einzuladen zur Steps Online-Konferenz. Hau rein und mach's gut. Bis die Tage.